sache stirbkartoffel also wir sind auf jeden fall nicht allein ich frage mich aber ein brennender reifen gut dass hier wasser ist auf jeden fall wir sind nicht allein aber ich frage mich was diese typen eigentlich gegen uns haben dort sind wieder zwei was haben die denn gegen uns vielleicht zu machen und ein eindringen keine ahnung wir sind limbo wir sind in dem wald aufgewacht haben kein plan von der welt oh da wurde auch jemand schon erhängt dort oben steht jemand der wohl eine falle bedient wie kann ich diese alle können jetzt überlisten vielleicht kann ich da ne das kann ich nicht hoch oder wie kann ich diese ich glaube wir müssen vorlaufen und danach zurück oder kann man sich hier bücken ne ich glaube nicht so geht doch nein da hat sie uns erwischt die zweite falle da sollten wir vielleicht abspringen nochmal ein try und spring ach man diese fallen sind aber auch unfair lauf 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 ach Gott und vor allem die wenn die abgeworfen wird von dem seil slidet die noch so weiter auf dem boden das heißt ich kann sie ich muss da irgendwie über die zweite falle drüber springen so ne das war zu früh später ein stück spät noch noch viel später außer ich lauf hier grad einen komplett falschen weg ich glaub so wird das nicht aber nein so ist irgendwo viel zu langsam so schaffen wir das nicht muss man mal nochmal probieren mit der alten technik aus vielleicht können wir diese fallen auch greifen probiere ich jetzt mal ne ich glaub nicht dass wir die greifen können außer wir können vielleicht die erste falle greifen oder wir machen es einfach so das war natürlich jetzt blöd ich habe mich einfach nur blöd angestellt könnte man auch leichter lösen aber nun gut nun gut wir haben ja Zeit zieht mir nicht das seil weg nein ohje hier sind ganz schön viele leichen das wird nicht gut enden für uns das sehe ich schon ein fluss und eine spinne schwimmen vielleicht ist die spinne auch wasserscheu nein scheint nicht so zu funktionieren wie ich es mir vorgestellt habe sie ist nicht wasserscheu warum sollten auch spinnen wasserscheu sein warum 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 ah die spinne könnte mit ihrem gewicht hier genau genau und springen super limbo wo lauf limbo lauf die spinne sind uns her wow wo das war grad knapp nein die rolling stones kommen und eine spinne aber da haben wir die spinne besiegt ich hoffe die kommt jetzt nicht wieder so ein stein müsste die eigentlich locker töten können aber das dann nur ein pc gell man weiß ja nicht was hier noch alles passiert okay di 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 laufen rohen lauf so did di ist er eigentlich beim laufen schnell oder beim springen oh nein die spinne was kann ich denn nicht hier machen Ähm, sie hat nur noch ein Bein. Okay, sie kann mich trotzdem noch töten. Auch wenn sie nur noch eins hat. Aber zum Töten reicht das. Das wissen wir jetzt. Ha, daneben. Nee. Sie hat uns doch getötet. Ach Gott. Ich glaub, hier stehen wir vor einem guten Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.